Wir brauchen ja auch manchmal ein bisschen Glück im Leben und nachdem wir Daniela Rief vom Ironman Hawaii verpasst haben, beziehungsweise wir sind zu spät gekommen zu unserem Termin, den wir eigentlich gehabt hätten, haben wir aus der Not und Tugend gemacht und sind einfach mal in die Schweiz gefahren und sind jetzt in Grenchen bei Danielas Aero-Test auf der Bahn dabei. Zum Glück haben wir einen ganz guten Draht zu DT Swiss, die uns das ermöglicht haben, auch hier zu sein. Und wir wollen der Frage immer noch auf den Grund gehen, was ist Daniela Rief für ein Typ Mensch? Also, dass sie eine gute Athletin ist, das weiß ja irgendwie jeder und dass sie keine Maschine ist, das hat man beim Ironman Hawaii gesehen, da hat sie nicht gewonnen, sondern so eine Niederlage eingesteckt und mal gucken, was sie uns heute so erzählt. Wie aufregend war das für dich am Anfang, so eine Athletin wie Daniela zu betreuen? Oder das hat ja, wie du sagst, etwas mit Vertrauen zu tun und das muss man sich ja eher arbeiten. Wie aufregend war das für dich? Das war für mich am Anfang sehr aufregend, auch ein paar Schlafflase Nächte. Weil, ja, ich markiere das Fahrrad vielleicht drei, vier Tage vor einem Flug an einem Rennen oder an einem Reisen an einem Rennen. Wenn dann was schief läuft, wie reagiert dann Daniela? Wird sie dann sauer oder ist dann alles immer noch entspannt? Zum Glück noch nie was schief gelaufen. Also, technische Natur. Platon hat es auch noch nie gegeben, von dem her kenne ich sie nicht, wenn mal was schief läuft. Ich habe ihr mal, dummerweise, sie hatten zwei verschiedene Kurbeln, früher ist sie 170 mm gefahren, heute fährt sie 172 mm. Und dann hatte ich vier Kurbeln und dann habe ich ihr links eine 170 mm und rechts eine 172 mm montiert. Und dann, ja, dann hat sie schon gesagt, du, pass das nächste Mal auf, ich will mich nicht verletzen. Und das ist für mich auch klar. Ob sie sagt das ganz normal, sie wird dann nicht böse oder sagen, ob sie sagt sehr direkt, pass auf. Ja. Es ist nicht eine Materie, sage ich mal, sondern sie ist wirklich Mensch zu Mensch. Wir können wirklich einander austauschen. Wenn sie einen Wunsch hat, dazu fragt sie mich auch, du, kann man das machen, kann man es nicht machen? Ist das möglich? Macht das Sinn? Und du machst aber alles möglich? Alle Wünsche? Ich probiere alles möglich zu machen. Ja. Ich bin ehrlich, Ironman ist ein ganz anderes Sport. So, wenn du ein schlechtes Tag hast, dann die Course beatst du. Daniella Riff hat gewonnen, Jahr auf Jahr, dass sie eine Outstanding Athlete ist. In meiner Meinung nach, sie ist die größte Ironman Triathlete, die ich habe. Was ist die Geschichte von der Bird? Sie ist ein Angry Bird. Sie hat so viele... Aber sie ist so schön. Ja, sie ist kompliziert. Das ist, was uns so großartig macht. Sie ist kompliziert. Manchmal hat sie diesen Blick, wie sie heute hatte. Und jeder hat gesagt, oh, hier sind die Angry Birds. Die anderen Tage ist sie glücklich. Ich hatte mir eigentlich überlegt, eine Flasche Wein mitzubringen, weil wir hatten uns letztes Jahr auf Hawaii schon mal getroffen. Da hast du gesagt, du trinkst irgendwie vor dem Rennen und nach dem Rennen ganz gerne mal ein Glas Rotwein. So als Entschuldigung, weil wir dieses Jahr auf Hawaii ja zu spät gekommen sind. Da hatten wir eigentlich auch einen Termin. Das ist ja in der Rennwoche immer alles so ein bisschen stressig. Und passend dazu hatten wir im August einen Trainer getroffen, Brad Sutton. Da hatte ich gefragt, warum er Angry Birds zu dir sagt, also warum das dein Name ist. Und er meinte, she's complicated. He's complicated, too. Wie ist deine Stimmung heute, so sechs, sieben Wochen nach dem Iron Man Hawaii? Ja, meine Stimmung ist eigentlich recht gut. Für mich, wenn ich so, ja, ich hatte jetzt wirklich eine tolle Saisonpause. Ich hatte ein paar tolle Weekend-Trips mit Kolleginnen und auch ein bisschen mal abgeschaltet. Es war eigentlich ähnlich wie immer. Klar, so der Abschluss jetzt in Hawaii war jetzt nicht optimal. Aber ich habe da mal, vor einer Woche haben wir einen Rückblick gemacht über die Saison. Und da ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, ja, ich hatte acht Rennen, sieben gewonnen, einen WM-Titel. Also die Saison war nicht schlecht. Klar, man orientiert sich natürlich an der WM in Hawaii. Also von dem her, ja, also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht total am Bund zerstört, dass es da mal nicht geklappt hat. Ich glaube, es ist immer gut zu wissen, also der Grund zu wissen. Und bei mir war es wirklich klar, ich hatte da ja im Magen was, war nicht gut. Und das gehört dazu, dass man eben, ja, jeder Athlet ist nur ein Mensch und der Körper, den kann man schon sehr fokussiert auf irgendwas hin trainieren. Aber wenn dann halt dann mal die Gesundheit nicht stimmt, dann, ja, kann man noch so viel sein. Also von dem her, alles gut. Im Moment ist der Fokus eigentlich schon wieder auf 2,20. Also die Saison ist für mich abgehackt und sozusagen, es war eine gute Saison. Klar, Hawaii hat nicht geklappt, aber ich glaube auch ein bisschen, da bleibt auch ein bisschen noch Hunger für nächstes Jahr wieder. Ja, das ist so. Wie wichtig ist eine Niederlage, um auch Champion zu sein? Oder wenn du Champion bist, wie wichtig ist es auch, Rennen zu verlieren oder nicht zu gewinnen? Ja, für mich ist, also Niederlagen haben mich immer motiviert. Ich hatte gewisse Rennen, wo es mir nicht lief. In Gran Canaria, ein 73, wo ich gar nichts konnte, da war ich einfach nur müde. Ich hatte Moluluba, 73 an der WM, wo ich ja auch einen schlechten Tag hatte, wo ich dort den Grund gar nicht wusste, wieso es nicht lief. Und bei mir war es immer so, dass ich dann nach diesen Rennen schon jetzt nicht Panik-Training begonnen habe, aber es hat mich immer wieder motiviert, sozusagen zu analysieren, ja, was war der Grund? Und dann eben, dass es das nächste Mal ist, besser zu machen. Wenn ich jetzt zurückblicke nach Hawaii, also so viel, ja, so viel besser kann ich es eigentlich nicht machen in der Vorbereitung. Das Einzige, ich sag mal, ja, ich wurde knapp nach der Pressekonferenz krank und da vielleicht mal ein Desinfektionsmittel für die Hände mehr mitnehmen und da ein bisschen vorsichtiger sein, weil das wäre das Einzige, das ich mir überlegen könnte, wie man da noch ein bisschen mehr vorbeugen kann, eben krank zu werden. Aber das ist dann auch schon alles. Also es gehört dazu, man kann nie 100 Prozent sicher sein, dass alles klappen wird. Und das ist auch das Spannende daran, also dass man es auch jedes Mal wieder so die Möglichkeit hat, eben auf dem Tag X das wirklich das Beste herauszuholen. Und ja, es ist nicht einfach, das zu schaffen. Und ich hatte es jetzt, sagen wir mal, die letzten vier Mal hat es ziemlich gut geklappt. Es war ja nie, ich hatte nie, oder fast nie ein perfektes Rennen. Es hatte immer irgendwelche kleine Probleme, aber die konnte ich da wie überdecken. Und gewisse Probleme, die kannst du halt dann einfach mal nicht, da kannst du den Körper nicht überlisten. Und das gehört zum Sport. Du wusstest also vor dem Rennen schon, dass es irgendwie, dir geht es nicht optimal. Du hast schon gemerkt, es stimmt irgendwas nicht, wusstest das mit dem Magen auch. Aber es ist das Rennen trotzdem so durchgestanden. Kannst du dich noch daran erinnern oder kannst du uns sagen, woran du in so einem Rennen dann gedacht hast? Ja, so ein Rennen, wenn du, also ich war ja, ich ging ja nicht an den Starten und dachte, ja, ich bin jetzt halb krank, es wird wohl nichts heute. Also das wäre, da müsste ich ja nicht starten. Also ich hatte am Dienstag Nachmittag eben wirklich ganz komischen Magen. Am Mittwoch, Donnerstag war mir Kotze übel und Freitag so ging es so einigermassen. Ich konnte ja essen und daher wusste ich, wenn ich Energie zu mir nehme, kann alles noch gut sein. Und ja, es ist wichtig, dass man eben auch positiv bleibt, weil das Rennen, ist also aus meiner Sicht zu 90 Prozent auch dann Kopfsache, ob man die Leistung abrufen kann. Und ja, ich ging ins Rennen mit eigentlich sehr positiver Einstellung. Die ersten drei Kilometer liefen mir auch sehr gut. Und irgendwann kam dann irgendwie diese Schwelle, wo es ein bisschen schneller wurde. Und da hat es mir dann einfach richtig so eins in den Bauch gezogen. Und das, da wurde mir so übel, dass ich dann wie, ja, wie der Stecker gezogen wurde. Und von dann lief dann nicht mehr viel. Also ja, ich glaube, ich wurde ein paar Mal gefragt, ja, war das für dich eine Niederlage? Oder wie hast du es mental verkraftet? Für mich war das Rennen selber das Schwierigste und nicht das danach. Also, dass die Momente überholt zu werden auf dem Rad und einfach, ja, keine Chance zu haben. Und eigentlich die Konkurrenz davon ziehen zu lassen. Was hast du dann gemacht? Also du sagst, es war hart und schwierig. Aber wie bist du in deinem Rennen damit umgegangen? Ja, versuchen, es so wie zu akzeptieren, dass es jetzt halt vielleicht nicht geht. Aber trotzdem, man will es ja nicht akzeptieren, weil ich wollte ja auch nicht aufgeben. Also ich habe dann immer noch irgendwie die Hoffnung, ja, man weiss nie, es kann ja wieder kommen. Und dann wird man wieder überholt. Und da ist es schon natürlich ein Kampf zwischen, ja, positiv und negativem Denken. Und da einfach versuchen, sein Ding zu machen. Auch wenn, ja, auch wenn es, wenn man weiss, man ist total unter seiner Leistungsfähigkeit. Und man kann die Leistung, die man normalerweise zeigen kann, nicht abrufen. Das war für mich die Niederlage. Also nicht unbedingt, dass ich gesehen habe, hey, heute wird es extrem schwierig mit dem Sieg. Sondern, dass ich nicht annähernd an meine Leistung herankommen konnte. Und das war für mich das Schwierigste. Also mental, ich sage mal, das Rennen hat wehgetan am Schluss in den Beinen. Aber mental so diese langen vier Stunden, fünfzig oder wie auch immer oder noch länger, die waren mental, die haben mental sehr wehgetan, weil es einfach, ja, nicht ging. Und ich eigentlich ja wollte, aber der Körper einfach nichts konnte. Und ich glaube, ja, da ist es schon, also für mich war immer Natascha Bahrmann auch ein Vorbild. Sie hat ja auch, also ich konnte mir da ein bisschen ein Stück abstellen von ihrer Einstellung. Im Sinne von, sie hat ja früher immer alle Rennen gewonnen. Und irgendwann hat sie dann halt mal die Rennen vielleicht mal nicht gewonnen. Und mich hat es immer beeindruckt, wie sie trotzdem immer noch den Spass daran hatte. Und dass es eben zeigt, dass es nicht darauf ankommt, eben immer nur alles zu gewinnen, sondern einfach Freude zu haben, an dem man tut. Klar, wenn man mit Übelkeit auf dem Rad sitzt, hat man keine, also ich hatte keine Freude. Aber der Grundsatz, dass es eben, dass es nicht nur ums Gewinn geht, sondern eben, ja, die Leistung abzurufen. Und das konnte ich klar in Hawaii nicht. Und deshalb war es natürlich auch für mich sehr enttäuschend. Aber den Grund zu wissen war eigentlich sehr beruhigend, weil ich weiß genau, wenn ich alles genau gleich mache, werde ich nächstes Jahr wieder top sein und auch um den Sieg mitlaufen. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Wenn man ein Rennen hat, wo man den Grund nicht weiß, ist es immer sehr hart für einen Athleten im Nachhinein. Genau, für mich war das Rennen sehr, sehr schnell abgehackt, weil ich einfach gesagt habe, ja, es war so, ich kann nichts ändern, ich habe mein Bestes gegeben. Ich wollte nicht aufgeben, das war für mich immer klar, weil ich ja eigentlich auch mir sage, dass es halt, wenn es mal nicht läuft, ziehst du es trotzdem durch. Und ich glaube, es wird mir auch helfen, ja, im nächsten Jahr, wenn es dann vielleicht ein bisschen besser läuft, oder hoffentlich ein bisschen besser, dass ich dann eben diese Passagen vielleicht vom letzten Jahr noch im Kopf habe und dann denke, wow, jetzt, ja, jetzt geht es mir doch definitiv besser. Und jedes harte Rennen oder jedes Rennen, das, wo man, ja, kämpft und vor Herausforderungen, mit Herausforderungen kämpft, hilft einem dann auch später für irgendwelche neue Situationen mit denen klar zu kommen. Ja, was Brett auch noch gesagt hatte, ist, dass man als Außenstehender gar nicht sieht, was du für eine Würde trägst. Also irgendwie, ein Rennen gewinnt man, aber dann wieder zu gewinnen und Champions zu bleiben, das ist eigentlich die große Herausforderung, wenn man das immer wieder macht, Erwartungen steigen, die Fans werden mehr, das Interesse wird größer, die Sponsoren, die sagen es vielleicht nicht so, aber erwarten ja auch, dass du erfolgreich bist. Kannst du uns erklären, wie hart es ist, dauerhaft Champion zu sein, oder ist es gar nicht so? Ja, klar, es kommen natürlich schon Verpflichtungen, also mit einem Erfolg oder mit mehreren Erfolgen kommen Verpflichtungen. Ich glaube mal, so bezüglich Erwartungen, die habe ich immer noch, sind vermutlich immer noch die höchsten Erwartungen, die ich selber an mich stelle. Also da sind eigentlich meine Fans und meine Sponsoren sehr, ja, sehr nett, weil ich hatte auch das Gefühl, jetzt nach der Niederlage in Hawaii, also nach dem Rennen in Hawaii, da hatte ich extrem viele positive Supporter erhalten von Sponsoren, auch von Fans, die gesagt haben, hey, es war super, dass du eben nicht aufgegeben hast. Es wirkte die ganze Zeit wie selbstverständlich, dass du durchziehst. Also es war das, wofür du das meiste Lob erhalten hast, und zwar irgendwie so für dich selbstverständlich das Rennen einfach durchzuziehen? Ja, ich glaube eben, dass es, man muss auch eben mit Situationen, die einmal nicht gut laufen, dann nicht, also es gibt ja keinen Grund, wieso man dann nicht fertig machen soll, weil es ist ein Tag und da wird es gemessen. Und ich meine, wenn es ein Vorbereitungsrennen ist im April, ja, dann hätte ich vielleicht abgebrochen, weil dann bringt es auch nicht mehr viel, wenn man einfach da irgendwie hingurkt. Aber es ist die WM und man, jeder Athlet geht da hin und ich finde, dass, ja, das Rennen hat auch den Respekt verdient, und eben, dass man es, ja, wertschätzt. Und deshalb war es mir wichtig, wenn es irgendwie geht, dass ich das, ja, was ich anfange, möchte ich beenden. Das ist eigentlich immer so. Und ich glaube, es ist auch mental viel einfacher, wenn man mit der Einstellung in ein Rennen geht. Aufgeben ist keine Option, weil dann verschwendet man gar keine Energie mit überlegen, soll ich jetzt aufgeben oder nicht, sondern man fokussiert sich darauf, wie komme ich ans Ziel. Und diesen Unterschied hatte ich, ja, im 2018, wo ich mit dem Qualenbass zu kämpfen hatte, da habe ich lange überlegt, ja, soll ich aufgeben oder kann ich noch fertig machen. Und irgendwann habe ich realisiert, nein, aufgeben ist keine Option. Und ab dann lief es mir auch einfacher, weil ich dann einfach wusste, ja, wie schneller ich bin, also schneller ist die Qual vorbei. Und das ist dann schon wieder an sich eine Motivation, eben auch, wenn es nicht läuft, einfach irgendwie Gas zu geben. Und dann auch eben, ja, mit der Erfahrung jetzt vom 2018, wo ich das Rennen am Schluss noch gewinnen konnte, das hat mir auch gezeigt, dass es eben nie vorbei ist. Also ich hatte jetzt in diesem Jahr, im 2019, hatte ich, wo ich so nach fünf Kilometern auf der Laufstelle war, ich war erstaunt, wie wenig Rückstand ich hatte. Ich dachte, ich wäre viel weiter zurück. Und so für so ein paar Kilometer hatte ich sogar mal noch ein bisschen gute Beine und auch vom Energielevel einigermaßen so ein bisschen high. Und ich glaube, es lag auch daran, dass die Fans da am Ali Drive wirklich mich total gepusht haben. Und ja, da hatte ich für ein paar Minuten echt das Gefühl, dass ich da Lucy noch einholen konnte. Und irgendwie so diese Momente, auch wenn es nur kleine sind, das sind immer wieder, das Rennen kann immer wieder drehen. Und vielleicht, wenn ich jetzt da ein bisschen gesünder gewesen wäre, hätte es vielleicht noch anders herauskommen können. Aber es war dann ziemlich schnell klar, dass der Stöpsel dann irgendwann trotzdem draußen war. Und wie sagt man, die Energie dann halt doch nicht da, weil ich wirklich sehr am unteren Limit da gekämpft habe. Aber das zeigt eben, es ist wichtig, dass das Rennen nicht zu Ende ist, auch wenn es nicht läuft. Also wenn du darüber erzählst, das wirkt so relativ cool und abgebrüht so ein bisschen. Das ist jetzt auch sieben Wochen her, du hast es irgendwie auch so abgehakt, hast du gesagt. Aber ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen schmerzt, so eine Niederlage. Und sagst du jetzt nach dem Rennen, du machst jetzt einfach so immer weiter wie die vergangenen Jahre auch? Oder hat das irgendwie auch einen Denkprozess dann mit sich gebracht, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt in Zukunft irgendwie nochmal einen Fokus auf die Details legen. Ich möchte die Saison anders angehen oder bleibst du irgendwie dabei, wie die anderen Jahre auch gelaufen sind? Nein, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich groß was ändern muss. Also ich war, sag mal, im Vorbereitungscamp in Maui hatte ich Trainings, da hatte ich echt ein bisschen Angst, weil es so gut war. Und ich war fit und ich hatte meinen Job gemacht, aber man hat nie 100 Prozent Garantie. Und von dem her weiß ich, ich glaube jetzt in den letzten zwei Jahren konnte ich sehr viele Fortschritte machen im Bereich Details. Also wir waren ja vor zwei Jahren das erste Mal hier in Grenchen auf der Bahn und haben da die Aerotests gemacht. Schon da konnten wir ja mal spannende Dinge feststellen. Und dann das zweite Mal im MINT-Kanal, das war glaube ich auch 2016 und dann im 2017 nochmal. Also jetzt dreimal die Aerotests, da konnte ich schon, ich sage mal, zum Beginn wirklich schon sehr viele Fortschritte machen im Bereich Aerodynamik. Schon nur mit der Flaschenposition und allgemeiner Position. Und ja, da möchte ich mich sicher weiterentwickeln. Ich sehe das auch bei den anderen, alle entwickeln sich weiter, das Niveau steigt jedes Jahr. Und es ist mir absolut bewusst, dass ich da auch immer wieder versuchen muss, das maximal herauszuholen oder das auch möchte. Trotzdem sehe ich das grösste Potenzial, sehe ich immer noch in meinem Körper. Also da glaube ich, kann ich einfach noch fitter werden. Schlussendlich ist das das, was am meisten zählt, aber die Details sind eben gerade so wichtig. Also Racesuits und die richtigen Räder, die richtigen, dass man sich gut fühlt auf dem Rad, die Stabilität. Also auch Aero zu sein, aber trotzdem sehr stabil zu sein im Wind ist für Hawaii unglaublich wichtig. Da bringt das eine nichts, wenn man das andere nicht händeln kann. Und deshalb ist das schon auch eine Entwicklung, da ich dich da schon jetzt sehe. Vor allem in den letzten zwei, drei Jahren macht die Konkurrenz viel. Aber ich versuche mich natürlich auch weiter zu entwickeln. Ist das heute so der Start der Saisonvorbereitung für nächstes Jahr? Ist jetzt Anfang Dezember, du hast die Offseason jetzt so hinter dir, hast du vorhin kurz erzählt. Wie sehen die nächsten Wochen aus? Heute E-Rotels auf der Bahn und dann, wie geht es weiter? Ja, das kann man gut sagen, so jetzt kommt dann der Start. Also gedanklich bin ich definitiv schon im 2020. Also normalerweise, wenn ich jetzt von letztem Jahr rede, dann rede ich schon vom Kona 2019. Und das ist jetzt erst Anfang Dezember. Aber ich hatte eine tolle Saison Pause. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe schon eigentlich ein bisschen mit Kraftaufbau begonnen. Das hatte ich vor zwei Jahren mit einem Krafttrainer gemacht. Und das hatte ich das Gefühl, es hat mir sehr viel geholfen. Auch Stabilität und auch so Fussgymnastik und ganze Rumstabilität. Und von dem her habe ich mit dem habe ich eigentlich schon begonnen. Also der Start hat schon begonnen, aber jetzt werde ich sicher. Also Dezember bin ich eigentlich zu Hause, außer noch ein paar Tage in Bachrhein, wo wir mit dem Team hingehen. Und das erste Trainingslager wird dann im Januar sein. Also eine Woche St. Moritz. Ein bisschen Langlauf, ein bisschen Alternativtraining. Das hatte ich letztes Jahr nicht gemacht, vor ein paar Jahren wieder. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man immer ein bisschen das macht, wo man auch das Gefühl hat, dass der Kopf zufrieden ist. Und mein Trainer hat ja eine Gruppe oben in St. Moritz auch über den Winter. Von dem her habe ich neben Top-Bedingungen hier in Solothurn, kann ich da auch nach St. Moritz gehen im Winter. Und Gran Canaria ist dann auch im Januar sicher auf dem Plan. Jetzt sind wir ja noch heute hier. Und wir haben auch mit Remo schon gesprochen, dein Mechaniker. Der hatte uns bei unserem ersten Level auch so seine besondere Geschichte erzählt. Die kennst du ja auch. Was muss einer aus deinem Team für ein Typ Mensch sein, dass du ihm dein Vertrauen schenkst und sagst, dir vertraue ich zum Beispiel mein Material an oder dich möchte ich irgendwie an meiner Seite haben auf dem Weg zum Erfolg? Ja, ich glaube, also Leute, die auch eben den Fokus aufs Detail haben, sind sehr, sehr wertvoll. Und wenn es um Material geht besonders. Wenn du jemanden hast wie Remo, der wirklich alles versucht perfekt zu machen und da auch wirklich mit Leidenschaft dahinter ist. Und auch wenn ich da mal plötzlich wieder sage, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, das Rad ist schräg. Oder das hat der Angesicht hat erzählt. Und er das dann anschaut und sagt, ja, nein, nein, ist gut. Oder dann eben doch vielleicht nicht anpasst. Also da bin ich schon vom Gefühl her sehr, sehr sensibel. Ich bin sehr, ich spüre schon recht viele, schnell eine Veränderung. Und er hatte einmal die Story gerade erzählt, dass er mal die falschen Kurbellängen montiert hatte. Einmal irgendwie auf der einen Seite zweieinhalb Zentimeter kürzer, Millimeter kürzer auf der anderen. Du hast aber sofort gemerkt. Ja, ja, also das ist ja auch recht fatal, oder? Oder ich weiß nicht, ob würde das sonst die anderen nicht merken, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde man das merken, ja. Ja, also es war, ja, ich habe ziemlich schnell eher gedacht, meine Hüfte ist total krumm oder irgendwas stimmt nicht, ja. Und das, ja, das ist klar, also ich meine, man sitzt so viel auf dem Rad. Ja, ich muss auch immer wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel da rumschraube. Ich bin jemand, der viel am Rad rumschreibt, auch, also obwohl ich jetzt nicht, sagen wir mal, mechanisch habe ich nicht sehr viel Ahnung. Ich bin wirklich froh, da auch jemanden zu haben, der eben das auch vor dem Rennen nochmal anschaut, und da wirklich, ich weiß, es ist alles gut, alle Schrauben sind gut angezogen und da wirklich, kann ich dann auch voll vertrauen. Ähm, und ja, eben zum Beispiel Sattelhöhe, da bin ich unendlich am Schrauben, weil, ich sag mal, je nach, das ist halt das, wo viele vielleicht nicht, ja, nicht, nicht so, vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht ist es ein bisschen ein Tick, aber ich glaube, es haben recht viele Spitzensportler, je nach, halt auch Bein, wie sagt man, Beintonus, genau, verändert sich das natürlich. Und wenn da der Hamstring ein bisschen, ähm, verspannter ist von der Laufeinheit, fühlt sich dann halt, dass die Position auf dem Rad ein bisschen anders ist. Und da bin ich schon immer wieder mal ein bisschen halben Zentrum, nein, nicht halben Zentrum, ein paar Millimeter rauf, runter, hinten, vorn. Da spiele ich schon ein bisschen damit, weil ich auch gemerkt habe, dass es eben, dass ich selber, die finale Position muss ich wirklich nach Gefühl machen. Ich glaube, wenn man sich gut fühlt, auch vom Kopf her, auf dem Rad, dann, ja, dann ist man am schnellsten. Sind es am Ende die Menschen oder die Marken, die für dich irgendwie eine Zusammenarbeit ausmachen, wo du sagst, die helfen dir erfolgreich zu sein? Ja, es ist eine gute Frage. Also, eigentlich sind die Menschen hinter der Marke ja, die die Marke auch lebhaft machen. Also, ähm, ich habe schon das Glück, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel auch mit Feld, ähm, die auch sehr familiär sind, aber auch mit DT Swiss, ähm, mit Swisside, wo ich, ja, eine gute, gute Kontakte habe, äh, und da wirklich mich auch so wohlfühle. Und ich, das ist schon sehr wichtig, also, dass man einerseits, ja, das schnelles Material hat, aber das schnelle Material kommt ja auch von guten Leuten hinter der Marke. Und daher ist das schon sehr eins, also, ähm, stolz zu sein für eine Marke ist das eine, aber natürlich, also, für eine Marke zu fahren, ähm, aber auch, ja, die Leute, die dahinterstehen, die machen die Marke eben auch lebhaft mit dem Athleten. Also, ich sehe es schon sehr als Team und, ähm, ich fühle mich da schon, ja, sehr gut, ähm, unterstützt. Und es ist auch sehr wertvoll, dass man eben so nah zusammenarbeiten kann. Und jetzt sowieso ich, ähm, ja, eine Viertelstunde von DT Swiss entfernt wohne, ähm, zehn Minuten von hier, äh, ist es natürlich genial, dass wir da so nah auch zusammenarbeiten können, eben schon im Dezember. Ja, wir sind gespannt, dir jetzt noch ein bisschen über die Schulter zu schauen beim Ero-Test, äh, und dir mal irgendwie abseits der Rennstrecke bei der Arbeit zuzusehen. Äh, ich glaube, es geht jetzt auch gleich los. Und erst mal vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch des Benachbruchs. Danke.